Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man sein Amazon Konto löschen kann und das egal, ob am Handy oder auch am PC. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal am PC, da es für mich leichter ist, jedoch funktioniert es am Handy über dem Browser relativ ähnlich und die Funktion zum Löschen des Accounts ist natürlich sehr versteckt, da Amazon das Ganze ja eher nicht so haben möchte. Deswegen am besten einfach mal auf das Video, das du gerade schaust, hier etwas runter scrollen und in der Videobeschreibung sehen wir jetzt nämlich auch schon einen Link-Account schließen. Da klicke ich jetzt mal drauf, denn dann komme ich gleich zu der offiziellen Webseite, wo ich das Ganze auch durchführen kann. Natürlich sollte ich mir den Text darüber noch einmal sorgfältig durchlesen. Zusammengefasst heißt es aber einfach, dass wenn ich mein Amazon Konto lösche, dass natürlich auch alle Daten und Services, wie zum Beispiel Amazon Prime, mitgelöscht werden. Ich bin mir dem Ganzen bewusst, weswegen ich bei der Website jetzt mal nach ganz unten runtergehe. Dann kann ich noch einen Grund für die Schließung auswählen. In meinem Fall möchte ich aber keinen Grund nennen und ich muss noch einen Haken bei Ja, ich möchte mein Amazon Konto dauerhaft schließen setzen. Danach auf diesen Button Mein Konto schließen klicken. Als nächstes müssen wir die Kontoschließung noch bestätigen. Hier schreibt Amazon, dass wir entweder einen Bestätigungslink an die hinterlegte E-Mail-Adresse bekommen oder auch eine SMS an unser Handy, was da hinterlegt ist. Der Link läuft übrigens in fünf Tagen ab, weswegen ich gleich mal auf meine E-Mail-Adresse schaue und wir können sehen, dass jetzt auch schon die E-Mail hier angekommen ist. Da klicke ich mal drauf. Wir haben einen Antrag auf Schließung ihres Amazon-Kontos. Das stimmt soweit. Deswegen klicke ich noch auf den Button Kontoschließung bestätigen. Zum Schluss sehen wir auch hier nochmal eine kleine Bestätigung, dass jetzt der Antrag auf Schließung von dem Amazon-Konto bestätigt wurde und normalerweise sollte es das auch gewesen sein. Wenn nicht, würde sich Amazon auf jeden Fall noch melden. Und somit haben wir jetzt auch schon das Amazon-Konto richtig gelöscht. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.